Die werden, wenn das Spielstand so bleibt, ankommen und jetzt die Chance. Mühlbauer, alleine, ehemalig! Tor! Lukas Mühlbauer auf Zuckerpass von Richard Dieves über die halbe Eisfläche und netzt unheilbar ein bei Niklas Teske. Jetzt noch mit einer Wiederholung. Durch, alle durch, Lukas Mühlbauer. Eiskalt, genau in den Winkel und Teske zeigt es an. Oh Mann, da kann ich überhaupt nichts machen. Kommt spät raus, schlechter Winkel. Eiskalt, Lukas Mühlbauer.